Und wir werden gleich sehen, dass wir von ihm gar nichts mehr sehen. Deswegen können wir auch davon ausgehen, da wo wir gerade die ganze Zeit lang gelaufen sind, dass hier ganz, ganz viele Strandkrabben eingegraben sein werden. Der läuft seitwärts. Wie gesagt, seine Gelenke geben es vor. Ist wie bei uns mit den Knien. Jetzt ist er weg. Genau. Ist wie bei uns mit den Knien. Unsere Knie gucken nach vorne, geben uns deshalb vor, wir gehen geradeaus bei der Strandkrabbe.